Hallo und willkommen auf meinem Kanal DillDesign. Wir haben es kurz vor Weihnachten und wir befinden uns mitten im Winter. Also lassen wir es in Photopea heute einmal schneien. In Photopea schneien zu lassen, das funktioniert eigentlich relativ einfach. Ihr ladet euer Hintergrundbild rein oder was immer ihr auch möchtet. Über dieses Hintergrundbild werden wir eine neue Ebene anlegen. Diese Ebene werden wir mit schwarzer Farbe füllen, machen dann einen Rechtsklick auf diese Ebene und konvertieren das in ein Smart-Objekt. Danach werden wir den Ebenenstil auf Negativ multiplizieren setzen. Wir gehen danach in Filter, andere Filter und in Partikel. Ihr seht schon, hier haben wir schon etwas Schnee. In diesem Fenster hier oben, in diesen Abteilungen hier oben, könnt ihr die Anzahl, die Größe und die Tiefe einstellen. Und natürlich auch die Helligkeit. Ihr könnt auch, wenn es nicht Schnee sein soll, sondern ihr möchtet das für irgendetwas anderes benutzen, könnt ihr natürlich auch hier die Farbe ändern. Für Schneefall ist hier unten diese Abteilung wichtig. Und zwar einmal die Time und einmal die Turbulenz. Ihr seht, was da schon passiert. Aber es sieht natürlich nicht nach Schneefallen aus. Da müssen wir hier unten einmal umstellen von Blink auf Fall. Ihr könnt das Blink aber zusätzlich auch drin lassen. Also das stört nicht. Dann blinkt es und schneit es eben. Und da fangen wir einmal an. Ich nehme das Blink einmal raus. Das stört mich irgendwie. Die Anzahl setze ich mal ein bisschen runter. Die Größe auch ein bisschen runter. Die Herrlichkeit auch. Na, kann ich so lassen. Schnee. Die Anzahl noch mal ein bisschen hoch. So, lasse ich das jetzt einmal. Ich klicke einmal auf OK. Werte diese Ebene über Ebene Animation Make Frames einmal zu einer Animationsebene aktivieren. Unterstrich A Unterstrich bedeutet Photopea weiß, dass es sich hier um eine Ebene handelt, die zu einer Animation gehört. Jetzt werden wir einmal die Ebene duplizieren. Machen einen Doppelklick auf Partikel und stellen hier und setzen die Time und die Turbulenz einmal ein. Je höher die Zahl bei Time ist, desto schneller fällt der Schnee. Ich habe es mir vorher schon mal ausprobiert und ich persönlich mag die zweite Stelle hinter dem Komma. Wenn ich die ändere, dann ist das für mich ein akzeptables Ergebnis. Aber das müsst ihr austesten. Das müsst ihr ausprobieren, was für euch am besten ist. Und die Turbulenz werde ich auch einmal um zwei Prozent erhöhen. Ich klicke einmal auf OK, werde diese Ebene wieder duplizieren und werde die Partikel mit einem Doppelklick wieder um 0,02 erhöhen. Also wir haben dann 0,04 und bei der Turbulenz setze ich auch erst einmal auf vier Prozent. Ihr macht jetzt so viele Ebenen, wie ihr es möchtet, wie ihr es für sinnreich entscheidet und jedes Mal die Partikel immer um die gleiche Anzahl und die Turbulenz um die gleiche Anzahl erhöhen. Ob das jetzt 0,3, 0,5, 0,8 ist, das müsst ihr entscheiden. Ich werde das jetzt einmal bis zur Ebene 10 durchspielen. 10 Ebenen angelegt. Die 10 Ebenen reichen, sage ich mal, für 3 Sekunden Schneefall. Wenn ihr es jetzt 10 Sekunden Schneefall haben möchtet, dann müsst ihr natürlich mehr Ebenen anlegen. Diese Animationsebenen werde ich jetzt einmal in eine Gruppe legen mit STRG und G. Ich werde auf diese Gruppe eine Maske drauflegen. Ich nehme mir jetzt das Verlaufswerkzeug und es sollte der Verlauf schwarz zu transparent sein. Falls bei euch die weiße Farbe eingestellt sein sollte, dann einmal die Taste X drücken. Dann ändert sich das hier automatisch auch genauso, wie es sich hier unten mit diesem Farbentausch ändert. Dann darauf achten, dass wir uns in der Ebene befinden, also in der Ebene Maske befinden. Dann einmal hier unten draufklicken, Umschalttaste festhalten und so ein bisschen den Verlauf nach oben ziehen. Kann man ruhig noch ein bisschen mehr machen. So, sieht das ganz gut aus. Jetzt werde ich mir einmal auf Datei exportieren als GIF. Dauert jetzt einen kleinen Moment, je nachdem wie viele Ebenen ihr gemacht habt. Ihr habt ja die Möglichkeit, den Speed des Schneefalls noch ein bisschen zu beeinflussen. Solltet ihr mit der ganzen Sache hier, mit dem Schneedichte oder mit dem Turbulenz nicht zufrieden sein, dann werdet ihr oben einmal X klicken. Geht in eure Ebenen und jetzt könnt ihr, da es ein Smart Filter ist, in die Partikel nochmals hineingehen und hier irgendwelche Änderungen vornehmen. Das müsst ihr dann aber selber entscheiden. Das war jetzt vorläufig erstmal mein letztes Video in diesem Jahr. Ich werde mich jetzt auch erst einmal in die Weihnachtsferien begeben. Ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Weihnachten, viele, viele schöne Geschenke von euren Liebsten und natürlich auch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir sehen und hören uns dann erst im nächsten Jahr wieder. Ich sage bis dahin, winke, winke, euer Frank. Vielen Dank.